Ja ja, einige die warten. Ja, Fernando, das haben wir nicht gesehen gehabt. Heute ist Dienstag und da ist die Fahrt nach Sturko vom Fahrgastschiff. Dampfer, wie wollen wir sagen. Die ist voll ran gerammt. Und die haben wir gerade jetzt erwischt durch Zufall. Und unten im Schleusenrang warten schon viele. Und oben aber auch. Ist alles voll.